Zu so einem Spitzenspiel in München kommt natürlich auch die Prominenz ins Grünwalder Stadion. Frank Ribéry aktuell ja noch verletzt. Schaut mal, was sein kleiner Bruder Steven so treibt. Zuletzt machte er mit einem absoluten Traumtor auf sich aufmerksam. Rein ins Spiel, 17. Minute, die Bayern in Rot mit dem Eckball. Und der Ball, der kommt zu Ribéry, an den Querbalken. Riesenpech für den Jungs da. Der Ball wird noch abgefälscht und Rums an die Latze. Riesenglück für Kolbe im Nürnberger Kasten. Guter Auftakt für die Mannschaft von Heiko Vogel. Bisher sind sie ja noch unbesiegt in dieser Saison. Und die kleinen Bayern, die bleiben dran. Gut über eine halbe Stunde gespielt. Freistoß und Lappe macht das 1 zu 0 für den FC Bayern. Vierte Saisontreffer für den Bayern-Kapitän. Lappe ist da völlig blank, so frei darf er nie und nimmer an den Ball kommen. Wird gleich mal notiert von Heiko Vogel. Zufriedene Minen auf der Bayern-Bank. Ja, und die Roten, die wollen das zweite Zorn nachlegen. Kurz vor der Pause wieder eine Standard. Und wieder ist es Karl-Heinz Lappe. Diesmal per Kopf. Kolbe steht goldrichtig. 1 zu 0 Führung zur Halbzeit. Es schaut bis dahin nach einem perfekten Wiesenauftakt aus. Rein im Durchgang 2. Was machen die Nürnberger? Bisher noch nicht viel zu sehen von der Mannschaft von Roger Prinzen. 48. Minute vielleicht. Ja, jetzt mal die Nürnberger weiter im Angriff. Wenninger zieht in den Strafraum mit der Flanke und der geht direkt rein. Was für ein krummes Ding von Sascha Wenninger. Rössl wird da völlig überrascht. Der Ausgleich für den Klub etwas überraschend. Aber der Klub bleibt dran. Roger Prinzensplan scheint aufzugehen. Der Klub nun deutlich aktiver. Und mit der Möglichkeit auf die Führung. Lux. Immer noch Lux. Auf Kutschke. Etwas zu ungenau. Der Pfosten verhindert das 2 zu 1 für die Franken. Keine drei Minuten später. Eckball für den Klub. Und Tyson steigt am höchsten. Die Führung für den Klub. Und das ist durchaus verdient. Bösel lässt Tyson einfach ziehen. Und der macht seinen dritten Saisontreffer. Aber der Kapitän erweist seiner Mannschaft fast noch einen Bärendienst. Für dieses Foul an Ribéry erhält Tyson die Ampelkarte. Vielleicht etwas zu hart, aber durchaus vertretbar. Es bleibt aber beim 2 zu 1 für den 1. FC Nürnberg. Die erste Pleite im achten Spiel für den FC Bayern. Die Gründe liegen auf der Hand. Über die zwei Gegentore. So einfach? Ja, ich meine, Fußball ist relativ einfach. Der Gegner hat ein Tor mehr geschossen als wir. Und entsprechend haben sie gewonnen. Vor allem dann nach dem 1 zu 1. Fehlt einfach die Reaktion von Ihrer Mannschaft? Sehe ich ganz anders. Jetzt schauen Sie mal an, wie das 1 zu 1 gefallen ist. Glauben Sie, das macht er nochmal? Nie mehr. Nie mehr. Das hat er heute gemacht. Das ist Fußball. Das gehört dazu. Wir haben es gegen Bayreuth mal gehabt. Heute war es bei Nürnberg. Dieses Wettkampfglück. Ich mache meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir über 90 Minuten die klar aktivere Mannschaft waren. Natürlich auch bedingt die letzte Viertelstunde durch die gelb-rote Karte. Aber ich bin guter Dinge, weil ich einfach glaube, ein Spiel, das so läuft wie heute, verliert man nur einmal in der Saison. Das war heute. Natürlich wusste man, dass es schwer ist, weil viel im Ball besitzt die Bayern doch viele Möglichkeiten sich erspielen. Aber ich habe jetzt in der zweiten Halbzeit auch keine richtige Torchance gesehen. Und in der ersten Halbzeit auch nicht so richtig. Das war eine Standardsituation, wo sie brandgefährlich sind. Auch sich viel ausdenken muss man dazu sagen. Das ist auch eine Qualität. Das nehmen wir uns mit. Daran werden wir auch noch lernen und arbeiten. Der Klub also wieder in der Erfolgsspur. Bayern muss nun Wunden lecken. Am Mittwoch empfängt man den TSV Buchbach zum Nachholspiel. Dann r schreifen uns doch mal. Ja, der da kommt. Dann rief das gedacht. Entstehen wirłę in der Tür Karte heute.